Willkommen liebe Cocktailfreunde, mein Name ist Manuel und ich präsentiere euch meine Top 5 Cocktail Sets in Deutschland. Kommen wir nun zu meinen Favoriten unter den Cocktail Sets. Wir haben hier zwei verschiedene von Bar Deluxe. Was mir persönlich an diesem Material gefällt ist, dass es sehr edel ist. Wir haben an den wichtigen Griffen nochmal ein extra Gummi, womit es einfach nicht ausrutschen kann. Ihr habt die besten Produkte für die geilsten Cocktails. Von den beiden Sets möchte ich euch aber meinen persönlichen Favorit vorstellen und zwar ist es die Geschenkbox. Damit könnt ihr eure liebsten Menschen überraschen und ihr habt das perfekte Set für zu Hause. Wir haben unter anderem hier einen Messbecher, der einen perfekten Griff hat, damit ihr bloß nicht ausrutscht, nicht zu viel und nicht zu wenig Alkohol in euren Cocktail rein tut. Kommen wir nun zum Boston Shaker, das Herz des ganzen Sets. Boston Shaker, der einen Deckel hat, um den ganzen Rest nochmal drinnen zu halten, der dann nicht in den Cocktail rein soll. Des Weiteren haben wir hier eine Citrusreibe. Die hat hier die Nupsis, womit es sehr fest in meiner Hand bleibt und ich kann problemlos die Zeste aus der Citrusfrucht rausschneiden, womit ihr eure Cocktails wunderschön dekorieren könnt. Des Weiteren haben wir in diesem Set natürlich einen Stößel, wobei mir bei diesen hier besonders positiv auffällt, ist, dass es einen festen Handgriff hat, damit ihr besser eure Limetten stößeln könnt. Ihr könnt nicht ausrutschen und es kann euch nichts Schlimmes passieren, wenn ihr eure Caipirinias oder Mojitos macht. Was mir außerdem hier noch gefällt, ist, dass wir eine Eissange in diesem Geschenkpaket mit drin haben. In diesem Geschenkset ist noch außerdem ein Multifunktionsflaschenöffner dabei, womit ihr sowohl Rotweinflaschen aufmachen könnt, als auch ganz locker und easy eure Bierflaschen aufmachen könnt. Was ich hier besonders gut finde, ist, dass wir vier Ausgießer haben und auch diese Ausgießer haben einen weiteren Pluspunkt und zwar gibt es jedes Mal einen Deckel dabei, damit bloß nichts reinfliegen kann. Wie ihr sehen könnt, gibt es zwei verschiedene Sets, wobei mein persönlicher Favorit das Geschenkeset ist, weil ihr einfach viel mehr Produkte zur Verfügung habt, um bessere Cocktails machen zu können. Hier haben wir mein drittes Set und zwar von Cocktailmeister. Was mir in diesem Set gefällt, ist, dass wir hier oben eine kleine Hand an Rezepturen haben, die ihr ganz einfach nachmachen könnt. Ganz einfach ist auch das Set aufgebaut. Wir haben hier das Nötigste und zwar einen Shaker, eine Stößel, einen Ausgießer, einen Barlöffel, einen Jigger, einen Sieb und eine Zange. Mir persönlich fehlen hier allerdings ein paar Instrumente, wie der Flaschenöffner, der Schäler oder mehrere Ausgießer, weil wir hier nur einen drinnen haben. Es ist sehr simpel aufgebaut, sehr einfach und es ist auch sehr einfach zu verstehen. Für die Anfänger unter euch ist es das ideale Set und ihr könnt somit die einfachsten Cocktails sehr gut kreieren. Das Besondere hierbei ist, dass das Ganze in einem Regal aufgebaut ist. So habt ihr alles an einem Platz, an einem Ort und ihr könnt nichts verlieren. Dieses Set hat alles, was ihr für eine Mix-Session benötigt. Unter anderem haben wir vier Ausgießer, einen Barlöffel, einen Boston Shaker, zwei Flaschenverschlüsse, vier Trinkhalme und alles, was ihr dafür braucht. Bei dem Boston Shaker muss ich sagen, dass es sehr, sehr schnell zerkratzt aufgrund des Materials, aber nichtsdestotrotz könnt ihr damit sehr, sehr gute Cocktails shaken. Dieses Set ist sehr simpel aufgebaut und eignet sich super gut für Leute, die neu mit Cocktail experimentieren möchten. Hier habe ich ein weiteres Set für euch. Im Grunde haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben einen Shaker, wir haben einen Stößel, wir haben einen Jigger, einen Barlöffel, eine Zange, einen Strohhalm. Was mir hier allerdings fehlt, ist der Zestenschneider, denn ich persönlich arbeite sehr, sehr viel mit Dekorationen. Wenn ihr nicht so viel Wert darauf legt, mit Zitrusfrüchten zu arbeiten oder simple Cocktails shaken möchtet, ist dieses Set sehr gut geeignet. So meine lieben Freunde, wir sind leider am Ende angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch dazu motivieren, neu zu experimentieren und habe euch nochmal zum Schluss mein Favorit von Bar Deluxe hier hingestellt. Schnappt euch das Rezeptheft und fangt an, eure Cocktails zu mixen.